Willkommen bei der Berlin Hip Hop Akademie Wir sind gemeinsam im Einklang, denn es ist ne Harmonie Ja mit fetten Beats Wir haben DJ Tomic und Drop Dynamics und Scratch Und so fett zum Beat Hip Hop verbindet Unter diesem Motto startete Anfang des Jahres die Berlin Hip Hop Akademie Sie will Begegnungsräume für Jugendliche schaffen Und ihnen die Möglichkeit geben, unabhängig von ihrer Herkunft ihre künstlerischen Träume zu verwirklichen In sechs Jugendeinrichtungen finden wöchentlich Workshops zu Themen wie Rap, Beat Producing und Breakdance statt Alle im Alter zwischen 15 und 29 können mitmachen Einfach auf der Website anmelden Die Idee zu dem Projekt hatte Drop Dynamic Eine echte Kreuzberger Battle Rap Legende Früher ging er selbst bei Hip Hop Jugendprojekten ein und aus Die Hip Hop Kultur ist die Jugendkultur Nummer 1 Weil sie einfach Weil sich die meiste Jugend mit dieser Kultur identifizieren können Das hat auch was mit der Hip Hop History zu tun Und zwar die Hip Hop Geschichte Beziehungsweise begann ja 1970, Anfang der 70er Im Bronx und das waren keine reichen Weißen Männer, sondern das waren Das waren arme Junge People of Color Und sie haben Etwas gefunden, wo sie Wo sie ihr Feuer entfachen konnten, wo sie ihre Stärken gefunden haben Wo sie nicht mehr auf den Straßen rumgegangen haben und Mist gebaut haben Und am Anfang der Hip Hop Kultur stand das DJing Bis heute die musikalische Grundlage für den Hip Hop Und deshalb liegt jetzt einer der erfolgreichsten Hip Hop DJs in Deutschland DJ Tomek wöchentlich in der Hip Hop Akademie Anstatt vor ausverkauftem Haus auf Das Besondere an diesem Angebot ist Es ist kostenlos Und das ist Real Hip Hop Das ist halt kein Sellout Sondern das ist Real Hip Hop, wie er schon immer war Each one, teach one Das heißt, die Leute kommen hier an Die müssen nichts dafür bezahlen Wir sind irgendwie aus allen verschiedenen Ländern Leute ohne Behinderung, Leute mit Behinderung Wir machen richtig Hip Hop hier Das ist, mein Herz schlägt dafür Das ist Hip Hop einfach, weißt du? Wenn wir jetzt den Beat halten wollen Dann geht's eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Bei der Hip Hop Akademie läuft's Die Kurse sind gut besucht Die Coaches sind zufrieden Und die Jugendlichen zeigen vollen Einsatz Für das nächste Jahr hat die Hip Hop Akademie große Ziele Mehr Workshops, mehr Jugendliche und noch mehr Hip Hop Go, 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 go Vielen Dank.